Ja, herzlich willkommen zurück zu Assemblance, einer weiteren Folge, Folge 2. Wir sind immer noch in der Simulationsbasis, nenne ich es mal, von Assemblance Labs. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gewesen sind, was wir schon herausgefunden haben. Das Spiel ist so strange und so mindfucking einfach, dass wir einfach mal ein paar Erinnerungen nochmal starten. Und wir haben ja gesehen, oder ich habe in der letzten Folge ja schon vermutet, dass eventuell irgendetwas mit vielleicht unserem Sohn was passiert ist. Was ich aber nicht weiß, weil ich nicht genau sagen kann, ob das so stimmt. Weil wir nur diese Fotos gesehen haben und unsere Frau, Freundin, wie auch immer, angefangen hat zu weinen am Telefon und gesagt, wir sollen nach Hause kommen. Hier ist der Schmetterling und es kann sein, dass ich mich vielleicht ein klein wenig heiser anhöre. Soll uns aber nicht dran hindern und nicht stören, hier weiter reinzuschauen. Okay, im Schmetterling ist nichts. Das PNG ist mal noch lustig. Ähm, es soll wohl, soweit wie ich weiß, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ähm, es soll wohl mehrere, es sollen wohl mehrere Enden geben bei dem Spiel. Ich weiß nicht genau, wie man dorthin gelangt, wie man die bekommt. Ähm, ich hoffe, dass wir hier eine erreichen werden. Ähm, was können wir denn, was können wir denn noch machen eigentlich? Ich traue dieser KI ja überhaupt nicht. Das traue ich ja überhaupt nicht über den Weg, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Weil, ganz einfach, ähm, eine künstliche Intelligenz zu vertrauen, ist immer das Dümmste, was man tun kann. Und, ähm, ja. Ach nee, warte mal, wir haben ja noch, ach ja, Moment. Wir haben ja noch die Taschenlampe, ne? Wir haben ja hinten noch den Knopf. Wir können die KI ja mal ausschalten. Ich glaube, wir schalten ihn mal aus. Ich glaube, wir schalten ihn mal aus. Okay. Ähm. Jetzt sind wir alleine. Höh. Alter, ich hab mich nicht erschoben. Er startet neu, oder? Er startet neu, ja. Er fährt neu hoch. Aber ist denn jetzt... Okay. Aber er ist jetzt weg, ne, oder? Das heißt, wenn die künstliche Intelligenz jetzt weg ist, die uns gesteuert hat oder geleitet hat und uns irgendwie Hinweise gegeben hat, sind dann die Erinnerungen jetzt wieder echt, ohne vielleicht irgendwie verzerrt zu sein? Gibt's vielleicht neue Hinweise? Ich schau mal. Wir gehen jetzt mal in die Erinnerung wieder rein. Und ja. Also hier ist immer noch der Schmetterling. Ich guck ihn noch mal an. Das erinnere ich mich ein klein wenig, muss ich sagen, an PT. Wer's nicht kennt, der kann sich das gerne bei mir auf dem Channel angucken. Oder halt bei jemand anders auf dem Channel. Bin ich ja nicht böse drum. Äh, PT war... Oder ist gewesen. Kommt ja leider nicht raus. Boah, wie geil das aussieht. Ähm. War der Pfandflaschen-Simulator? Es war, ähm... Ein Pre-Teaser. Ein... Ein... Ähm... Das war ein Pre-Vue-Teaser zu Silent Hills. Hills. Und, äh... Ich bin da ein großer Silent Hills-Fan. Er ist halt Hill-Fan. Und, ähm... Ja, leider... Leider kam's nie zustande, weil... Hideo Kojima ja mit Capcom... Ne, Moment. War es Capcom? Konami? Ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Streit hatte und die sich getrennt haben. Oh, eine Tür. Okay. Und... Wir haben rausgefunden, dass wir bei dem Spiel hier... Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz vom Thema abschweife... Äh... Dass wir bei dem Spiel Sachen angucken müssen, dass irgendwas passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das Telefon ist aus. Das passiert ja erst später, ne? Ich guck die Uhr mal noch nicht an. Hier ist auf jeden Fall... Alter, das Geräusch... Das Geräusch hinter... Das ist so gruselig. Das ist irgendwie hier irgendwo... Ich hab keine Ahnung, was es ist. Es ist so fürchterlich. Es ist so gruselig. Ich... Ich stell mal die Uhr um. Ich versuch mal die Uhr umzustellen. Okay, 522. Das Geräusch ist lauter geworden ein bisschen, glaube ich. Aber ich frage mich immer noch, warum hat er einen Umriss von seiner... Von seinem Haus hier? Wie ich ja schon vermutete, oder beziehungsweise ich mut... Ich vermute mal... Ich weiß nicht, ob es stimmt... Dass er, wie gesagt, hier mit dran gearbeitet hat. Er arbeitet hier bei diesem... Diesem Forschungsprojekt hier. Dieses, ähm... Assemblance. Und mit diesem Terminal, wo wir ja hier... Wie gesagt, wir sind ja hier immer am Terminal. Und gehen dann immer hier rein in diese... Äh... Dings. Und... Vielleicht ist es so... Wie gesagt, ich hab vermutet, dass wir unseren Sohn verloren haben. Und... Dass dann... Vielleicht er gedacht hat, er kann so seinen Sohn nochmal retten. Oder zurückholen. Und was dann vielleicht total schief gelaufen ist. Weil er einfach da reingerannt ist in die Simulation. Er hängt jetzt vielleicht in so einer Zeitschleife fest. Und kommt nie wieder raus. Lol. Space Cats. Ist ja geil. Hab ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Und hier oben ist eine... Überwachungskamera. Was haben wir hier? Ein... Ach, guck mal hier. Das ist übrigens der Wald. Und da ist der Schmetterling. Und was ist das hier? Ist das... Das könnte die Einrichtung sein. Assemblance Labs Building 1. Aha. Ja, okay. Das ist die Einrichtung hier. Woodland Ridge. Das ist vielleicht da, wo dieser Wald ist mit dem Schmetterling. Man weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Guck mal. Geh nochmal drauf gucken. Nop. Okay, das heißt nicht. Ich mach nochmal das Tonband an und spul nochmal vor. Nein. Uah. Ich wollte eigentlich vorspulen. Das Tonband anmachen und vorspulen. Aber das... Huch. Wir haben jetzt schon Zeitrisse. Schaut mal. Was ist das denn? Wieso haben wir denn hier Zeitrisse? Wir sind doch... Oder sind wir in einer Simulation? In der Simulation? Das klingt vollkommen falsch. Gehen die auch weg, die Dinger? Kann es sein, dass das hier auch nur eine Simulation ist? Und hier werden die Streifen weniger. Hier kommen sie wieder, ne? Oder? Ne? Hä? Jetzt sind sie weg. Das Spiel verwirrt mich. Kann ich schneller laufen? Ja, ein bisschen. Hier hinten ist gar nichts. Hier ist nur... Wie im Rattenarsch alles dunkel. So. Was haben wir hier? Nicht. Okay. Ich geh nochmal hier rein. Ist hier vielleicht irgendwie... Aber wie geil das gemacht ist. Das ist nur ein simpler Raum. Und dann auf einmal ist es so eine riesige Welt. Oder halt riesige Welt. Aber ein großes Level. Ich geh mal zu unserem Wohnort. Oder zu unserem Zuhause. Okay. Schau mal. Hier ist auch die Mütze. Das ist wahrscheinlich unsere Mütze, die auch auf der Arbeit ist. Hier sind Tonbänder. Zwei Paar Schuhe. Wenn ich das alles lesen könnte, das wäre so geil. Ich kann kein Englisch. Entschuldigung. Bin ich so im Englischen mächtig. Möchte ich. Möchte ich. Das ist auch gut. Äh. Space Odyssey. Ja. The Cords I Like. Aha. Von D. Blinny. Mhm. Was hier? Apple Confidential 3. Da ist irgendwie. Guck mal hier. So kryptische Zeichen. So wie. Keine Ahnung. Alien Zeichen. Ich bleibe jetzt erstmal noch in dieser Vision. Bevor ich jetzt wieder ins Nacht rüber gehe. Okay. Aus dem Balkon kommisch nichts. Was ein Riesenbalkon. Vor allen Dingen. Wir sehen ja auch nicht die Außenwelt. Das lässt mich vermuten, dass wir vielleicht doch. Vielleicht nicht real sind. Oder zumindest halt. Vielleicht doch schon tot sind. Oder keine Ahnung. Und wir das alles nur in einem Traum. Erleben. Wieder und wieder erleben. Und wir wie gesagt in so einer Art. Zeitschleife sind. Was mich auch wundert ist. Wir haben hier das Loch gefunden. Ne. Dieses Einschussloch. Ich habe Angst, dass jetzt gleich hier so wie bei P.T. Vor allem mal in dieses Badezimmer kommt. Und das Mädchen guckt genau in die Richtung des Loches. Seht ihr das? Als ob das gewollt wäre. Als ob das gewollt wäre. Als würde sie zum Einschussloch gucken. Das ist strange. Das ist echt strange, das Spiel. Was haben wir hier? Ein Kissen. Hier ist übrigens auch das Geräusch. Was auch im Büro ist. Das Geräusch ist also überall. Uh. Wow. Ach ein Schatten. Ich habe mich schon erschrocken. Wow. Okay. Raus kommen wir nicht. Hier wieder der altmodische Anrufbeantworter. Pool. Ein sehr merkwürdiges Bild. Hier ist irgendwie so ein Tuch mit so einem Kreis. Okay, alles untersucht. Ich gucke mal auf die Uhr. Aber wenn doch jetzt die künstliche Intelligenz abgeschaltet ist, ne? Kann sie uns eigentlich doch nicht daran hindern, jetzt diese vergessene Erinnerung zu geraten zu unserer Frau, oder? Oh Gott. Hallo. Der Schmetterling ist übrigens auch weg bei Nacht. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich will da nicht hin. Was? What the fuck? Was? Was ist denn so ein komischer Raum, Alter? Hör auf damit. Alter. Mach nicht so einen Scheiß. Wir haben halb zehn Uhr morgens. Alter. Was ist denn so ein Raum? Entspanke. Was? What the fuck? Eine Quarzuhr. Zehn vor zwei ist die Uhr stehen geblieben. Soll uns das irgendwas sagen? Ich drehe mich gar nicht um. Hä? What? Ne. Ah, hör auf. Ne. What the fuck? Was? Hä? Wo bin ich? Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es gesagt. Ich habe es immer gesagt. Wir sind in einer Endlosschleife gefangen. Alter, was für ein Mindfucking das Spiel einfach ist. Wir sind in einer Endlosschleife gefangen. Da sieht man immer und immer wieder das Gleiche. Bevor ich jetzt da vorne durchgehe. Ich will jetzt erstmal hier mich nochmal umgucken. Ob hier vielleicht irgendwas Neues ist. Das ist ein Lüftungsschacht. Aber es muss doch irgendwie auch einen Eingang geben zu dieser Einrichtung. Es kann doch nicht sein, dass wir... Dass hier keine Türen sind. Und vor allem, was ist die Realität? Wenn du immer und immer wieder durchgehen kannst. Durch Vergangenheiten. Und so. Alter, das ist doch... Alter, das ist... Das geht doch gar nicht. Das ist doch irgendwie, ne? Aber das ist schon krass. Das ist jetzt... Alter, ich habe mich so... Ich habe mich so scheiße. Die Musik jetzt. Okay, die Uhr ist weg. Es war ein Unfall. Es war mein Fehler. Es war mein Fehler. Es war ein Unfall. Er sagte, es war ein Unfall. Und es war meine Schuld. Und wir sollen uns daran erinnern. Oder erinnern wir uns daran. Das hat bestimmt was mit diesem Jungen zu tun. Hundertprozentig. Du bist nicht gut im Relaxen, okay? Ich hoffe, du hast die mentalen Fortitude, um zu erinnern, was nächstes passiert ist. Aber wie kann er sprechen, wenn er ausgeschaltet ist? Jetzt quatscht er wieder von vorne. Jetzt quatscht er wieder von vorne. Äh... Das ist aber merkwürdig. but... jetzt begrange ich es. Sieh schon. Du denkst, du kannst unsere nie zuhören. Und hier. Um Willi? Es gibt viele Zeiten. Ich bin nicht Lass. WRF! WRF! WTF? Musik ist bei mir! WRF! WRF! ...WRF! Gyk! WRF! WRF! Die letzten paar Sekunden waren echt hart, das durchgehen, das ging ja noch. Bitte aktiviere das Terminal in front of you und folge die Instruktionen. Was wirkung hat auf diese anderen, die es wohl angeblich gibt? Ich mach jetzt mal, wir haben die ganze Zeit ja Confused gewählt, ne? Ich fühl mich, glaub ich, immer noch Confused, aber auch ein bisschen ängstlich jetzt. Ich nehm mal, ich nehm mal weiter Confused, oder? Ja, ich nehm mal weiter Confused. Ich spreche schon anders. Das ist mein Job. Ich bin hier, um dich zu helfen. Also, willst du wirklich versuchen das wieder? Du hast das für viel zu lange. Und, für ein paar Worte, du bist wirklich stressig. Irgendwas stimmt mit der Simulationen. Auf jeden Fall hat sie noch im letzten Moment gesagt, come home. Ist denn hinten jetzt zu? Tatsächlich, alter, dieses Spiel, ne? Ich indikiere nicht die properen Credentials, um dich hier zurück zu sein. Bitte, raus. Was? Please, get out? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe nach Hause, aber ich schalte erst die KI aus. Was? Was? Was ist ein Mist, sag? Was ist ein Mist, sagt der? Er weiß ganz genau, was wir vorhatten. Also, er hält uns die künstliche KI quasi hier gefangen. Alter. Was ein Penner. Was? File corrupted? Okay, gehen wir mal hin. Komm. Äh, nee, warte mal. Ist, sag mal. Ist, sag mal. Ist, sag mal. Okay. Das ist eine... Sechs Sekunden, dann verschwindet die oder erlischt die Erinnerung und sie ist instabil. Diese Erinnerung wurde korrupt und ist nicht mehr accessibel. Du hast deine Wahl getroffen. Ich habe meine Wahl getroffen. Was? Was? Sie ist instabil und man hat keine Chance, eventuell vielleicht zurückzukommen, hat er gesagt. Okay, ich kann nochmal wählen, aber ich will erstmal nach Hause. Weil sie sagte, come home. acht edge. Einatmcedented. Seit.